Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Heute habe ich ein kleines Video für euch über etwas, das wir inzwischen sehr, sehr erfolgreich selbst machen im Flügel- und im Klavierbereich. Was genau es ist, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro. Maiwald Klaviere und Flügel So, hier könnt ihr sehen, auf unserem kleinen Reguliertisch haben wir ein paar Ausdrücke ausgebreitet. Das sind alles Bodenaufkleber, die wir anbieten können. Wir können generell jeden Bodenaufkleber anbieten, den es gibt, wenn wir ein adäquates Foto davon bekommen und können das dementsprechend euch nachfertigen. Dieses Video wendet sich auch an alle Kollegen im Klavierbaubereich. Gerne machen wir auch für euch einen passenden sogenannten Bodenaufkleber. Und egal welcher Marke, schickt uns ein schönes Foto, was wirklich den Bodenaufkleber von oben zentral und ohne Verzerrung zeigt. So hoch aufgelöst wie es geht. Wir bearbeiten das Ganze dann nach und liefern euch einen fertig aufzutragenden Bodenaufkleber. Der kann dann anschließend mit einem ansatzlosen Klarlack überlackiert werden und dann habt ihr ein perfektes Ergebnis. Hier haben wir zum Beispiel einen Bodenaufkleber von einem Brotwood. Den haben wir so angefertigt, dass man ihn anschließend auch mit Kirol überlackieren kann. Also auch das können wir anbieten. Sprecht mit uns. Es geht fast alles. Wir haben viel ausprobiert und können inzwischen wirklich fast, fast alles machen. Und das auch in relativ kurzer Zeit in hoher Qualität. Für alle Fragen, ruft uns gerne an unter der 02307. Schreibt uns gerne eine E-Mail an post.piano-maiwald. Schickt uns auch gerne einfach ein Bild eures Bodenaufklebers. Wir begeben uns dann sofort an die Arbeit. Und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal. Kleines Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Da war's. Tschüss. Dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020